Okay, da hat jemand sein Schlüssel ins Klo geworfen. Gut, dann laufen wir mal diesen komischen Geist hinterher oder was auch immer das war. Hallo. Neues Ziel, drehe zwei Ventile auf, um das Wasser abzulassen. Gut, ähm, ich bin ja hier, gell? Okay, welches machen wir zuerst? Machen wir erstmal das linke, das gelbe. Folgen wir dem gelben Rohr. Female Ward Train und Prison Block Train. Okay, machen wir erstmal der Female Ward Train. Gut, dann folgen wir mal der. Okay. Was macht der Kerl hier unten? Der lässt einen einfach nicht in Ruhe. Wahnsinn. Was sonst geht's ihm noch gut, oder? Oh man, ey, ich hab keinen Bock mehr. Vielleicht soll ich doch das andere machen. Ich weiß ja nicht, wie lange der Kerl jetzt gegangen ist. Hallo, hast du was von mich? Nein, blöd. Was ist das denn? Er hat nen Block. Was ist das denn? Ich hab mich nicht in Ruhe. Geh, 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 geh. Ich habe uns irgendwie wieder gesehen, der Kerl, okay? Ich weiß nicht, gefällt es euch lieber, wenn ich so rumlaufe mit der Kamera? Oder eher so? So sieht man natürlich mehr, aber... So ist halt keine Chance, irgendwas in der Nacht im Dunkeln zu sehen. Oh, geil, hier ist ein kleiner Weg. Jetzt ist halt nur die Frage, wo ist er schon wieder? Uh! Geh runter, geh runter! Alter, was macht er da? Ich muss irgendwie an ihm vorbei. Geh in die andere Richtung, du Arf! Warte mal ein bisschen. Oh, oh. Oh, scheiße, guckt. Wäre ich jetzt rausgegangen, hätte er uns einfach den Kopf abgerissen. Oh man, was machst du da hinten? Geh doch da lang. Ich hasse das, mich immer zu verstecken und... Das ist so langweilig für euch. Ich bin hier! Ich weiß nicht, ob er was werfen könnte, damit er weggelockt wird. Hallo? Tschüss! Baaa! Huuuuhu! Er hat mich erwischt! Nein! Lass mein Kopf! Wieso steht er da? Gut. Ich glaube, wir gehen doch in die andere Seite. So. Kameran. Action. Das Kerl hat gar keinen Hals. Dann lassen wir das mal hier lang. Folgendem roten vor. Wenn das so ist, dann machen wir es halt das. Perfekt. Aha, hier kann ich mich auch verstecken. Aber es kommt ja nicht hierher, oder? Okay, er kommt. Oh, 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 oh. Ich hasse den Kerl. Warum macht er das? Bitte, lass mich. Bitte! Dass er nicht den richtigen Spind aufmacht. Hm. Was macht er jetzt? Komm schon. Geh doch einfach weg. Spring wieder hoch und ärgere die anderen Leute. Da ist er. Okay, gut. Jetzt müssen wir noch irgendwie auf die andere Seite kommen. Ist ja eigentlich nicht weit weg. Also ich dachte, das ist jetzt weiter weg hier. Ist ziemlich nah. Jetzt muss ich nur an dem Kerl vorbei irgendwie. Das war nicht laut, gell? Wo ist der Affe noch hin? Wir haben es tatsächlich geschafft. Oh Gott! Oh du Sack! Jetzt schauen wir mal, dass er da... Dass er da kommt. Oh Gott! Na komm, ich kriege mal langsam hier rein. Oh, so ein Sackgesicht. Der Kerl hat nicht viele Freunde, gell? Oh, was ist hier passiert? Hat er mir das Ding aufgeschlagen? Gut. Gut, also hier passiert mir nix. Oh, Leck. Wir nutzen die Leiter, um zu unteren... Nein, ich habe gerade gedacht, ist der Kerl jetzt vielleicht weg, aber nein, er ist immer noch da. Kannst du bitte abhauen? Kannst du bitte abhauen? Du nervst. Kannst du bitte abhauen? Du nervst. Weg hier. Weg hier, ey. Ich habe überhaupt keine Lust, noch weiter runter zu gehen. So, kommen wir hier niemals raus. Malz, niemals. Wir kommen hier niemals raus. Glaub mir. Wie tief geht es bitte noch? Oh, da liegt einer. Okay. Keine Batterie? Was war das? Ja, ist das was mit dir passiert? War da nicht gerade was? Oh, fuck, Alter. Erschreck mich nicht so. Hä? Wo bin ich jetzt? Was war das? Ich hasse diesen Kerl. Ich glaub, der verfolgt mich. Ist das immer dasselbe? Ich weiß es nicht. Schaut mir immer zu, wie ich hier leide. Ach du Scheiße, Mann.